Ja, hallo liebe Zuschauer von Elbgeek TV. Heiko Klemme, Trainer, VfL Pinneberg 2 und Michael Fischer, VfL Pinneberg 1 sind hier heute im Studio und tippen den 16. Spieltag der Landesliga Harmonia. Heiko, das ist deine Liga, die Paarung, ich nenne sie dir und du bitte deine Einschätzung zu den Spielen. Wir fangen an am Freitagabend Eimsbüttler Derby, ETV gegen HEBC. Ja, das ist wirklich mal ein Derby, das gab es jahrelang schon, gerade in Eimsbüttel wird das sehr groß geschrieben. Wenn man mal bemerkt wird, tippen wir gerade jetzt den ersten Rückrundspieltag und am ersten Spieltag hat HEBC ja zu Hause 0 zu 2 verloren gegen ETV. Ich denke, da wird die Schäfke-Equipe von Hebs jetzt ein bisschen Gas geben und wollen das mit Sicherheit ändern und werden das Spiel 2 zu 1 gewinnen. Ja, ebenfalls am Freitagabend 19.30, da wo es immer brennt, nämlich am Blomkamp, ist Peter Ehlers mit seiner Equipe zu Gast. Tuss Ostdorf, TSV Uetersen. Ja, der Blomkamp ist dieses Jahr sensationell, muss man mal ganz ehrlich sagen. Die haben, glaube ich, noch gar nichts verloren, geschweige denn einmal nur einen Punkt abgegeben bis dato. Tuss Ostdorf zu Hause gegen Uetersen, also ich sag mal Knorr und Torben Krause 2 zu 0 für den Tuss Ostdorf gegen Peter Ehlers. Das dritte Spiel am Freitagabend. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer bei den ersten beiden Spielen kommen, weil das dritte Spiel ist VfL 93 gegen VfL Pinneberg. Ich wünsche dabei viel Erfolg und viel Spaß. Was meinst du denn, wie schneidet ihr dann am Borgweg ab? Ja, alles andere außer ein 4-0 für uns wäre eine Überraschung. Also ich sag ganz ehrlich, wir fahren zu VfL und wollen mal gucken. Also ich habe so viele Spieler bei mir im Lager, die den Platz nicht mal kennen am Borgweg. Dementsprechend wird das interessant, geschweige denn die Spieler, die haben sie jetzt vielleicht mal gelesen, wer da alles so rumläuft. Aber ich glaube, die Frauen von meinen Spielern kennen den Bachelor besser als meine Spieler VfL 93. Das ist leider Gottes so. Dementsprechend wollen wir mal gucken, was wir da holen können. Wir fahren aber nicht feige hin. Ich denke mal, ein Punkt ist drin und da werden wir auch alles für tun. Wir spielen dort 1 zu 1. Das wird ein tolles Ergebnis. Das würde ich dir wünschen. Es geht dann weiter am Samstag 13 Uhr. SC Sperber gegen Uhlenhorst Adler. Ja, auch ein Derby. Das ist so Stadtparkderby so ein bisschen noch mit dabei. Sperber muss auch unbedingt was reißen gegen Uhlenhorst Adler. Ich denke, das Ding geht 1 zu 1 aus. Gerade Derby-Charakter eben auch. Da wird schön was los sein. Tor für Sperber wird Marschall schießen und für Uhlenhorst Adler Yassini. Wenn das eintrifft, dann sollten wir beide zusammen Autos spielen. Wir gucken mal. 10.45 Uhr gegen 10.45 Uhr Sonntagmorgen. Der USC Paloma mit Marco Kraus gegen Teutonia 05. Wie ist deine Einschätzung? Ja, Bruckner Straße gegen Kreuzkirche. Ganz klares Ding. Tut mir leid für meinen Trainerkollegen bei Teutonia. Aber ich glaube, an der Bruckner Straße bei Paloma hat Marco Kraus ganz klar den Hut auf. Und die werden das Spiel dort auch für 3-0 für sich entscheiden. Zweimal Adomat und mit ein bisschen Glück nochmal pannen. Und damit ist das 3-0 auch drin. Ja, dann kommen wir zum Sonntag. Da sind noch drei Spiele um 14 Uhr. Das erste, das West-Derby. SV Louroub gegen Feldschukstruppe. Blauwe 96 Schenefeld. Tja, Seller. Also ich bin echt fassungslos, was Seller bis jetzt in dieser Hinrunde leider Gottes nur für wenig Punkte geholt hat in dieser Klasse. Ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Da wird er auch unfassbar schlaflose Nächte haben. Dementsprechend, wie ich sagte, Rückrunden beginnen. Er wird wieder aufziehen. Er wird in der Rückrunde fast alle schlagen, was ihm vor die Nase kommt. Und er fängt an. In Louroub wird 2-0 gewinnen. Und die Tore werden machen. Janik Zwennosen als alter Wegbergleiter von uns beiden. Und Eiko Westphal. Ja, Sonntag, 14 Uhr, vorletztes Spiel. Der TSV Sasel gegen unseren Ex-Club, den Wittler TSV. Was werden die Herren Bartel und Sassin dann dort vom Kunstrasenplatz entführen können? Ja, sie haben ja jetzt irgendwie seit einfacher Saison auch einen Kunstrasen, wo sie drauf trainieren. Dementsprechend ist das nicht mehr ganz so groß, das Neuland für die beiden. Das Spiel war ja gedreht am Anfang. Soweit ich weiß, ist das Spiel jetzt übrigens in Wedel und nicht in Sasel. Weil am allerersten Spieltag war es gedreht. Sie haben es gedreht wegen dem Neubau im Elbe-Stadion und wegen der Laufbahn. Dementsprechend heißt die Partie Wedel gegen Sasel. Dementsprechend Heimspiel. Dementsprechend kein Kunstrasen. Dementsprechend 2-0, Mark Hintze, Doppelpack. Was wir Torsten und Heiko freuen. Ich glaube auch. Was du alles weißt, welche Stadion hier renoviert werden, das ist erstaunlich. Letztes Spiel. Ein Spitzenspiel. TBS gegen Thura Hax heute. Ja, das kann man wohl so sagen. Unsere Freunde von der Müssen-Tweete empfangen den Aufsteiger um Markus Fürstenberg. Schweres Ding, aber ich glaube, TBS wird das machen. Die werden zu Hause gewinnen. Und das Ganze mit 2 zu 1. Tore werden schießen. Christopher Eibel und Sonai Heiran. Beides Ex-VfLer. Haben wir beide quasi mit so ein bisschen eine Fittiche gehabt. Und daher kann ich mir auch vorstellen, dass sie dort glänzen in dem Spiel und werden 2 zu 1 gewinnen. Dann müssen wir uns ja jetzt schon bei Markus entschuldigen. Tut mir leid, Markus. Kopf hoch. Das Leben geht weiter. Alles Gute euch.